Viele Kinder und Jugendliche können sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Ohne Smartphone oder Tablet, ohne Facebook oder WhatsApp. Doch auch die neue Technik und neue Medien haben Licht- und Schattenseiten. Deshalb hatten Mädchen und Jungen der Grundschule Guteborn jetzt einen besonderen Unterrichtstag mit Sandy Feige von der Polizeiinspektion OSL. Die Tendenz, was die Entwicklung der Kinder angeht, die ganz schnelle Nutzung des Internets. Heutzutage haben sämtliche Kinder in der sechsten Klasse ein Handy und damit hört oftmals die Aufklärungsarbeit der Eltern auf. Wir als Polizei bemerken das bei den erstatteten Strafanzeigen, bei den hilfesuchenden Eltern von Opfern von Internetkriminalität. Und da wir ja auch den Sachbereich Prävention haben, möchten wir vorher vorbeugend tätig sein. Kinder aufklären, aber auch Eltern aufklären, dass sie weder Täter im Internet werden und auch nicht Opfer. Darum den Tag. Dieser Tag, das ist sozusagen Ihr Baby. Sie haben diese Unterrichtseinheit entwickelt. Wie läuft so etwas ab zum Tag? Ja, also da muss ich sagen, sämtliche Sachgebiete Präventionen in den Inspektionen machen Unterricht zum Thema Umgang mit neuen Medien, gefahren im Internet. Aber jeder darf das selber gestalten. Bei mir ist es so, dass wir uns zunächst im Unterrichtsgespräch mit einer PowerPoint dem Thema nähern. Ja, dass es über die Geschichte des Handys bis zu den Gefahren in Chats, in WhatsApp-Gruppen weitergeht, über strafbare Handlungen. Also wie schnell wird man Täter in WhatsApp-Gruppen beispielsweise. Dann unterhalten wir uns um das Thema Passwortschutz. Und das wird dann alles nochmal in der zweiten Stunde wiederholt und aufgegriffen bei einem Film, der mir zur Verfügung gestellt wird. Das nennt sich Verklickt. Und nach dem Film frischen die Kinder alle nochmal ihr Gesehenes auf mit Impulsfragen. Und es gibt seit kurzen, oder seit dieser Woche haben Sie gerade gesagt, ein Brettspiel zum Thema. Genau. Das ist das Spiel FreeHIP. Das wurde von drei Studenten der Polizeischule entwickelt, unterstützt mit dem Landespräventionsrat. In dieser Woche an den Grundschulen eingeführt. Beziehen kann man das über das Sachgebiet Prävention. Und das stellen wir den Schulen zur Verfügung. Jede Schule, die es möchte, bekommt drei von diesen Spielen. Wenn es möchte, begleitet, eingeführt von der Polizei. Und diese Spiele dürfen dann dort auch verbleiben. Für alle Muttis, alle Vatis, für alle Eltern zu Hause zwei, drei Tipps zum Umgang mit dem Thema. Ja, sehr gerne. Also man sollte mit den Kindern im Gespräch bleiben. Nicht einfach nur das 800, 900 Euro teure Handy übergeben und danach gucke ich nicht mehr drauf. Sondern sich selber schlau machen. Woher kommen Gefahren? Wie kann ich mein Kind schützen? Und dann mit den Kindern im Gespräch bleiben. Das ist wirklich das Wichtigste. Und sollte eine Gefahr aufkommen, gemeinsam als Familie das lösen. Im Ernstfall zur Polizei gehen. Insgesamt wurden rund 900 Spiele produziert. Grundschulen aus der Region können sich bei Interesse an den Bereich Prävention der Polizeiinspektionen wenden.